Hallo meine lieben Pokémon Freunde und herzlich willkommen zu GPL Spieltag Nummer 23, wenn ich mich nicht täusche, es müsste 23 sein, gegen den Steve Superfuntime, gegen die Toxic Blast und ja, vorneweg, es ist ein interessanter Kampf geworden, aber das ist in game, so es war ein sehr sehr verwirrender Kampf, aber wie gesagt, ich will euch nicht spoilern, gar nichts und so weiter, das sehen wir alles gleich, Kommen wir erstmal zu Team Preview, Steve hat dabei Mega Aerodactyl, Mew, Entei, Pixie, Panzer Aeron und Latios, wir haben dabei Nachtara, Empolion, Lucario, Shaman, Landoti und Zapdos, zu meinem Team kann ich sagen, ich spiele Nachtara speziell defensiv, Empolion physisch defensiv, Lucario, Life Orb, Ediment, einfach aus folgendem Grund, dass ich mit Lucario, also ich muss mit dem Iron Tail, den ich drauf spiele, muss ich Pixie einfach auch kommen, ähm, dann spiele ich kein Setup-Move, kein Status-Move, ich spiele einfach nur 4 Angriffs-Move, einfach weil ich die Angriffs-Move wirklich gegen Steve's Team brauche, dann habe ich dabei mein Expert-Belt-Shamen, ohne Erdkräfte tatsächlich, weil ich die Psychokinese einfach für Huzsa bevorzugt habe, ähm, dann Choice-Garft-NOT und ein Schlauglas-Zapdos, um Mew mit der Ampelleuchte eventuell zu 2-Hit-Kaon und um Latios genug Damage zu machen. So, das war's von meinem Team, Steve's Team kennen wir auch, er leadet mit Aerodactyl und ich kann euch schon mal sagen, was in der ersten Runde quasi passiert ist, er hat gedacht, ich spiele Choice-Garft-Zapdos, ich hab gedacht, er spielt Jolly Aerodactyl, wäre ich Choice-Garft gewesen, hätte ich Aerodactyl georkaut, wäre er Jolly gewesen, hätte ich eine Steinkante überlebt, im Endeffekt hat sich herausgestellt, er war Edelman und ich war nicht Choice-Garft, das heißt, ja, super erste Runde, gut, ähm, ich würde sagen, wir drücken auf Play und schauen uns die Kaffee an, der Kampf wieder mal aus Steve's Sicht, weil ich immer noch keine Kampf-Codes frei habe, ich muss mich da echt mal dran erinnern, das vorher zu löschen, so, er leadet mit Aerodactyl, wir mit Zapdos und Zwinger aktiviert und bei uns ebenfalls, doppeler Zwinger, nice und ja, hier wächst er dann direkt raus, wie gesagt, er hatte Angst vor allem Choice-Garft und geht in Pixi, Pixi, ja, kann einen Donnerblitz tatsächlich gar nicht so gut tanken, weil, wie gesagt, speziell offensiv, Zapdos haut ultra krass rein, super stark gegen sein Team, sobald Latios weg ist, bekommt alles wirklich sehr, sehr guten Schaden von Donnerblitz. So, wir gehen jetzt nochmal von Donnerblitz, er geht vorbei, kann es aber auf Dauer nicht mithalten, weil wenn wir die Para bekommen oder ein Crit, ist Pixi schon so gut wie down, das heißt, ähm, ja, er müsste jetzt rein theoretisch rauswechseln, wie gesagt, er denkt immer noch, dass ich Choice-Garft bin und wechselt jetzt hier sein Pixi raus, geht auf sein Latios und, ja, ich gehe vielleicht weiter für einen Donnerblitz, er denkt immer noch, ich bin Scarft und er bekommt die Para. Tut mir ultra leid, ich habe in dem Moment, ich habe einfach gedacht, nein, komm, soll ich jetzt für die Ampel leuchten, weil er hat gedacht, ich kann nicht drinbleiben, weil ich Choice-Garft bin, allerdings bin ich immer noch nicht Choice-Garft und er hat mit dem Switch auf Empolion gerechnet und geht für ein EQ und der EQ geht ins Leere und da kommt dann auch ein Donnerblitz, der dann Latios raus, und es tut mir ultra leid wegen der Para, ähm, die hat tatsächlich gemannert, es ist einfach so und, ja, leider hat er dann gedacht, dass ich Choice-Garft bin, hat dann nochmal die Ampel leuchtet abbekommen und somit kann ich dann Latios rausnehmen. So wie er jetzt hier Anteil rein holt, habe ich mir gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein Assault-Wise, Anteil ganz klar, ähm, da kann ich auf jeden Fall auf Empolion rauswechseln, ohne ein Two-Hit-KO zu sein. Wenn es Assault-Wise ist, kann ich sogar vier Leute Feuer abbekommen, solange ich den Burn nicht bekomme. So, der erste kommt, der zweite kommt und, ähm, ja, er bekommt den Burn. Ohne den Burn hätten wir noch einen überlebt, allerdings, ja, können wir jetzt noch die Tarnsteine rauslegen und müssen hier Empolion schon sterben lassen. Ich habe am Anfang überlegt, tatsächlich Hyper-Offensive zu spielen und Empolion und Natale rauszupacken, ähm, allerdings wollte ich dann einfach noch ein bisschen was Defensives haben und natürlich die Tarnsteine, weil auf meinem Choice-Garft-Lando-T wollte ich jetzt, also konnte ich den Slot nicht für die Tarnsteine verwenden. Darum muss ich hier Empolion schon sterben lassen, damit steht es schon 5 zu 5. Ich hole jetzt hier meinen Skorgo-T, meinen Lando-T rein, Skorgo, verstehen wir ja alle, wegen Steve, Steve liebt ja Skorgo. Ähm, er holt jetzt hier seinen Anteil zurück und geht auf seinen Panzer-Aeron und ich gehe direkt für einen, für eine Steinkante, okay. Ich habe gedacht, ich gehe für einen Knock-Off, aber okay, ich gehe für die Steinkante. Klar, hätte gegen alles, wäre, also wäre gegen alles am besten gewesen und immer noch mehr auch getroffen. Ich will jetzt hier wieder meinen Zapdos rein, weil er wird halt zu 100% einfach defoggen. Er will die Tarnsteine wegbekommen, ich kann sie nicht mehr rauslegen. Was will er also mehr? Und ja, da defoggt er die Tarnsteine weg. Wir haben tatsächlich keinen Defogger im Team, gar keinen. Also ich brauchte ihn jetzt nicht unbedingt wirklich, nur Zapdos hat halt ein bisschen Probleme mit den Tarnsteinen gehabt, aber ansonsten eigentlich niemand. So, er holt jetzt hier seinen Anteil wieder rein. Und auch hier sehen wir jetzt, ähm, ähm, Damage von meinem Donnerblitz, dass dieses Anti-Assault-Basset ist. Hier kommt der Donnerblitz. Ist aber ein, ist es ein Freelight-KaO? Nicht ganz, oder? Doch, ist sogar ein Freelight-KaO. Ja, er meint. Er geht jetzt hier für Leute, Feuer, bitte kein Burn. Burn wäre jetzt nicht so cool. Es ist, ja, er bekommt die Burn. Es sind halt 50%, da kann man sich nicht unbedingt so drüber aufregen. Die Sache ist, ohne den Burn hätte ich ein Turbo-Tempo noch tanken können. Mit dem Burn allerdings nicht. Und ich muss auf Lando-T rausgehen. Einfach Bedroher. Ist risky gewesen, wenn ich für Sacred Fire gegangen wäre. Ein Problem gehabt, allerdings wechselt er sogar raus. Ich hätte echt gedacht, dass er für ein Turbo-Tempo geht und damit meinen Zapdos rausnimmt. Geht hier auf Pixie. War ultra riskant von ihm, dieser Play. Okay, wenn ich weiter auf Dronerblitz gegangen wäre, wäre Pixie ja ein Tweet-KaO gewesen. Und ja, er wechselt jetzt hier Pixie wieder raus. Und geht wieder auf seinen Panzerion. Und ich glaube, diesmal gehen wir aber für den Knock-Off einfach, ja genau, weil ich den Bullenhelm vom Panzerion weg haben will. Für alle Fälle, für einen späteren Spielverlauf. Es ist nie verkehrt. Wir bekommen noch ein bisschen Bullenhelm-Damage. Und müssen jetzt hier wieder raus wechseln. Und gehen auf unser Zapdos, weil er kann halt nicht viel gegen Zapdos. Und wir können uns halt da mit Roost wieder gegen heilen. Also es ist ein speziell offensives Zapdos, allerdings mit Roost. Und da legt er die Tarnstein raus. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, okay, dann stirbt Zapdos, wenn es reinholt. Konnten wir nochmal drumherum spielen. Und konnten uns hier dann in Ruhe hochroosten. Heute ist hier wieder sein Pixie rein. Und das ist ein super Match-Up natürlich. Pixie gegen Zapdos, das hatten wir schon damals gegen Sersky-TV. Ist nicht unbedingt so prickelnd. Wir gehen jetzt hier für den Roost, heilen uns wieder ein wenig hoch. Um dann nochmal in die Tarnstein rein switchen zu können. Und er kriegt wieder ein bisschen Left-Over-Street-Cover. Wir kriegen Burn-Schaden. Was, ja, ziemlich nervig ist. Also der Burn war echt ätzend. Wir gehen jetzt hier für den Donnerblitz. Und, ja, wir wissen ja, das Tueke-Carol weiß tief auch. Dadurch lässt er jetzt einfach den Burn-Schaden ein wenig triggern. Geht für Weichei. Und, ich meine, er hatte nichts zu verlieren. Also das Match-Up mit dem Burn verliere ich halt auf Dauer. Ohne den Burn würde ich es gewinnen. Also, weil halt irgendwann die Para oder der Crit kommt. Also sehr wahrscheinlich. So, wir kriegen jetzt wieder ein Burn. Also Burn-Schaden. Geht nochmal für Donnerblitz. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt rausnehme. Allerdings hätte er dann Pixie auch fordern müssen. Also, beziehungsweise hätte er dann keinen super guten Switch in mein Lucario. Auch Enter ist dafür zu low, um es rein zu switchen. Also er hätte nicht angreifen können. So, jetzt weiß er allerdings, ich muss für Roos gehen. Weil ich sonst ein kleines Problem habe. Und, ja, wir gehen für Ruheort. Und, was jetzt kommt, hat mir den Atem weggenommen. Also, und zwar spielt Steve nämlich ein Cormine-Pixie. So, Cormine-Pixie ist ein Fred. Ein super starker Fred. Er spielt jetzt Angriffs-Moves Kraftvorrat. Und, ähm, und Focus-Blast. So. Jetzt wird es schwierig für Zapdos, mit dem Donnerblitz Damage zu machen. Darum denke ich mir, okay, er wird nicht angreifen. Er wird auf keinen Fall angreifen. Er wird nochmal für den Cormine gehen. Denn, darum müssen wir jetzt ultra-risky unser Lucario reinholen. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass er mit einer Mondgewalt oder einem Flammhof oder sonst ihm angreift. Geht jetzt hier für den Cormine. Ist jetzt plus zwei. Und, wie gesagt, wir sind Adam mit Life-Up. Wir können Pixie, ich glaube, es ist aber auch nur über eine Roll, O-Cone. Es muss, der Iron-Tale muss nur treffen. Er muss nur treffen. So, wir gehen für Eisenschweif. Und er geht daneben. Nee, für Focus-Blast. Und er geht daneben. Und ich denke mir nur, Alter, nein. Fuck. Wir gehen jetzt hier für den Eisenschweif. Steve hat sich gedacht, okay, der ist nicht Element Life-Up. Wir waren Element Life-Up. Und was ist das für ein schöner Anblick? Ein Pixie zu O-Cone. Danke, Lucario. Du wirst das beste Pokémon. So, ich habe jetzt damit gedacht, dass, ja, klar, also er holt seine Aero-Tour rein. Ich habe mir gedacht, er prediktet den Switch auf Lando-T geht für den Eiszahn. Hat sich auch am Ende herausgestellt, dass er Eiszahn spielt, weil er klar so hat es mir gesagt. So, darum gehe ich jetzt für den Bullet-Punch, weil mit einem zweiten Bullet-Punch kann ich ihn killen. Gehe für den Bullet-Punch und er bleibt allerdings safe. Und, okay, Life-Up-Damage geht für ihn ein EQ. Bisschen riskant, allerdings, na klar, er würde uns danach aufspeeden könnten. Dann Lando-T mit einem Eiszahn angreifen. Allerdings kann ich dann wieder zurückwechseln und so weiter. Hätte ja klappen können, dass ich ihn da mit Bullet-Punch rausnehme. Auf jeden Fall, Lucario hat einen super Job gemacht, hat Pixie-Go-Code. Und, ja, ich will jetzt hier mal Lando-T rein, weil wir sind schneller als er. Haben die Bedrohung draußen. Wir haben, glaube ich, neun Init-Punkte oder so mehr als er. Also, es war auch wichtig, wegen Aero-Lactyl dann froh zu spielen und so weiter. Und natürlich hat er im Endeffekt auch Element gespielt. Von daher, ja, wir gehen jetzt hier für die Steinkanze. Die Steinkanze geht daneben. Was sehr sehr schade ist, weil, wenn die Steinkanze getroffen hätte, hätten wir mit der darauffolgenden Steinkanze Panzeron killen können. Das heißt, also der Kampf im Allgemeinen ist der sehr Hex-lastig. Das kann man einfach sagen. So, wir gehen jetzt hier wieder in Zapdos, weil wir wissen, okay, er kann mit Panzeron nicht sehen, Zapdos machen. Ate jetzt hier für einen Roost, was selbstverständlich ist. Und ich glaube, wir tun tatsächlich sogar das Gleiche. Wir haben uns nicht sicher, aber da gehe ich direkt von Thunderbolt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Er wechselt hier auf jeden Fall sein Panzeron zurück, was klar ist. Und holt sein E-Orderaktür rein. Was ich sehr sehr interessant fand, wir gehen jetzt hier sogar direkt für einen Donnerblitz, Tatsache. Zum Glück sind wir nicht für losgegangen. Weil er hat jetzt hier seine E-Orderaktür gefordert, weil er hat gesagt, okay, er hat im Endeffekt sowieso zum Beispiel nichts mehr gegen Shaman. Er hatte keine Flugattacke gegen Shaman, habe ich mir gedacht, okay. Das ist verständlich. Ich habe mir gedacht, okay, E-Orderaktür macht ihm das Match. Aber so haben wir nochmal eine Chance. Er holt jetzt hier sein Mew rein. Wir gehen direkt für die Ampelleuchte, weil Hochroost funktioniert so oder so nicht. Ich musste tatsächlich auf die Verwirrung hoffen. Hier sehen wir jetzt auch, Ampelleuchte wären to it gewesen. Darum auch das Schlauglas. Ja, so, er geht jetzt hier aber für einen Call of Mind. Und der Burn kriegt sich ganz down. Jetzt müssen wir halt entweder ein Crit oder die Verwirrung bekommen mit der Ampelleuchte. Wir gehen für die Ampelleuchte und das hier nichts. Der kann für Rohrhaut gehen. Und Zapter stimmt leider. Also da war dann zum Glück, zum Glück keine Hacks. Also ich will jetzt auch nicht durch Hacks gewinnen oder so. Klar, man spielt ab und zu Attacken, um Hacks zu bekommen. Ampelleuchte habe ich jetzt in dem Fall natürlich nicht wegen Hacks gespielt. Ich habe gehofft, dass er kein Call of Mind Setup ist. So, wir holen jetzt hier Shaman rein, weil Shaman kann mit Schoxxam seine Spezialverteidigung senken. Sehr viel Damage würde er uns nicht drücken können, weil wir 100 Base Spezial-Death haben. Wir gehen jetzt hier für eine Schoxxam. Und kriegen den Spezialverteidigungs-Drop. Der war so ultra wichtig. Aide jetzt hier für Roost und muss jetzt hier auch raus wechseln. Was, denke ich mal, kein Geheimnis ist. Weil ich ihm sonst einfach mit dem Shoxxam zu viel Damage machen würde. So, wir gehen jetzt wieder für die Shoxxam. Er geht auf Panzerion. Ich muss hoffen, dass er den Special-Death-Drop bekommt. Shoxxam kommt. Und er bekommt den Special-Death-Drop. Das heißt, er kann jetzt auch mit Panzerion nicht mehr drin bleiben. Im Endeffekt ist es quasi eigentlich nur ein Shoxxam-Outstall, damit ich nicht mehr so viele Shoxxam habe. Er geht jetzt hier in Entei. Und ich habe einfach gehofft, Shoxxam, bitte. Bitte reich. Komm schon. Das kannst du mir nicht antun. Ich gehe jetzt hier für die Shoxxam. Er ist a Soul-Vested. Die Shoxxam kommen und überlebt mit 12 Kaffee. Das war so traurig. Allerdings haben wir noch Zweden. Keiner mit Psychokinese killen. Am schlimmsten wäre es noch, wenn die Shoxxam daneben gegangen wäre. Er muss jetzt hier entweder halt fordern. Er muss halt einfach meine Shoxxam hier ausdollen. Das ist klar. Also, das ist nichts Verwerfliches für ihn. Er macht jetzt hier direkt den Double-Switch. in Panze-Aeron. Weil ich Shoxxam ausdollen will. Ich kann Steve nicht übel nehmen. Also, es ist klar, dass er das machen muss. So. Shoxxam kommt. Er bekommt keinen Special-D-D-Drop. Da muss ich jetzt hier auch Shaman rauswechseln. Und gehe in mein... In mein Natara. So, Natara gewinnt leider auf Dauer auch das Match-Up gegen Panze... Doch, gewinnt sogar auf Dauer. Aber wäre A-Pistole. Aber wir würden auf Dauer das Match-Up wahrscheinlich gewinnen. Wir kriegen jetzt hier Leftovers. Ich glaube, einfach wegen Leftovers, Wish, Protect. Ne? Kennt man ja. So. Er wechselt jetzt allerdings sein Panze-Aeron zurück. Holt sein Mew rein. Bin für einen Schmarotzer. Und er spielt die... Ich glaube, auf Englisch heißt sie Korba-Barry. Und bekommt dadurch nicht genug Dabage. Damit wir ihn auf eine gute Range runterbringen. So, wir kriegen jetzt hier wieder ein bisschen Leftovers, Recover. Und die Sache ist jetzt einfach die... Entweder ich lasse ihn boosten und ihn mich finishen. Oder ich toxiniere ihn. Verliere meinen Natara, weil er Synchro hat. Also wir sterben beide. Und ähm... Und... Ich habe nichts mehr gegen Panze-Aeron. Ich habe nur noch Land-Uti und Shaman. Und die Sache ist, ich weiß nicht. Ich habe bis dahin noch nichts nachgekackt oder so. Und wüsste nicht, wie ich jetzt gegen ihn gewinnen sollte. Mit den zwei Pokémon und so. Er geht jetzt hier für Roost. Die Sache ist einfach, ich brauche den Schmarotzer-Crit. Das war das, worauf ich am Anfang gehofft habe. Auf den Schmarotzer-Crit. Jetzt hätte er noch nicht mal ein Crit ausgereicht. Und ich glaube, so langsam komme ich dann auch in die Gedanken. Okay, ich muss für Toxin gehen. Ich muss es riskieren, damit ich Mew wegbekomme. Sonst finde ich mich Mew schon. Also was anderes bleibt mir jetzt sowieso nicht. Übrig, ich gehe jetzt hier nochmal für den Schmarotzer. Wie gesagt, ich wollte es einfach nicht. Ich wollte Mew nicht toxinieren. Er geht jetzt hier wieder für den Roost. Und... Ja. Ich weiß, es passiert gerade nicht viel. Es tut mir leid. Ich gehe jetzt hier für das Toxin und... Let the Saw beginnen. Wir sollen uns jetzt beide mehr oder weniger kaputt. Synchro aktiviert sich. Wir sind vergiftet. Dann aktiviert sich jetzt unsere Synchro. Er ist vergiftet. Wow. Okay. So. Es ist so traurig. Ich will nicht mit Stahl spielen. Auf jeden Fall. Wir bekommen hier Gift-Amage. Ich gehe weiter für Call of Mind. Ich spiele die Aurasphäre, um uns anzugreifen. Kann ich schon mal so... Ich kann schon mal so viel sagen. Wir sind aber komplett speziell defensiv. Von daher macht ihr uns nicht so viel Damage. Ich gehe jetzt hier für den Schmarotzer. Um ihm Damage zu drücken. Und er Vergiftungsschaden bekommt. Genauso wie wir. Wir sind jetzt wieder mittlerweile vollgeheilt. Oder? Ja. Wir sind wieder vollgeheilt. Er bekommt Gift-Schaden. Bekommt jetzt schon... 24 KP. Wer bekommt Gift-Schaden? Verliert er dann auch. Ja. Ungefähr 20 KP. Ich weiß nicht genau. Hey, der ist wieder für Roost. Und wir gehen weiter von Schwarzer, soweit ich weiß. Weil er ist jetzt halt in der misslicheren Lage. Weil ich glaube, Schwarzer wird ihm... Er spielt auch übrigens... Hat er nämlich Kampffeuer vergessen. Die DVs auf 0 zu stellen von Mew. Die Angriffs-DVs. Was auch nochmal ärgerlich war für ihn. Aber er hat halt im Nachhinein... Der ich mal nicht gemannert. Weil wir so oder so irgendwann an der Vergiftung gestorben werden. So. Er bekommt jetzt schon recht guten Gift-Schaden. Wir bekommen mittlerweile auch schon recht... Krassen Gift-Schaden. So circa 15-20% Aid weiter für Roost. Und... Ich gehe wieder für einen Schmauzer. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich gehe wieder für einen Schmauzer. Und er bekommt... Sehr hohen Gift-Schaden jetzt. Also so langsam... Macht das Gift das, was es tun soll. Wir bekommen wieder ein wenig Leftover-Street-Cover. Und er verliert... 15... 45... 48 KP. Und uns bringt es mittlerweile auch schon fast runter auf die Hälfte. Aid wieder für einen Roost. Der geht nicht für die Aura-Sphäre. Ich glaube, wir gehen jetzt hier an dieser Stelle sogar für einen Wish. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Wir gehen für einen Wunschtraum. Und... Ich sehe gerade, mein D-Asset ist rot. Das ist nicht gut. In der Zeit könnt ihr euch ja hier das leckere Gestalt ansehen. Ja. Wir bekommen mittlerweile, wie gesagt, sehr, sehr guten Gift-Schaden. Und... Nadekabel ist drin. Ich bekomme auch sehr, sehr guten Gift-Schaden. Ich gehe jetzt hier für einen Protect, weil ich mir gedacht habe, okay, seine Chance anzugreifen. Hier kommt auch die Aura-Sphäre. Also habe ich predicted. Beziehungsweise lasse den Wish hier ausklinken. Und... Ja. Wir gehen jetzt hier für... Also wir bekommen wieder Leftovers, die Cover sind wieder auf einer recht guten Range. Er hat sich nicht gerustet. Er bekommt sehr, sehr viel Gift-Schaden. Und ich habe jetzt einfach gehofft, dass der Double Protect durchgeht und ich dann nicht sterbe. Ähm, ja. Wie ein Double Protect. Der Double Protect geht nicht durch. Er hat für die Aura-Sphäre. Und... Ähm... Ja. Dadurch sterben wir beide. So. Die Sache ist... Beziehungsweise dazu kommen wir gleich. Mew und Nathara sterben. Er hat noch Panzer Aeron. Wir haben noch Shaman. Und Lando T. Ich brauche einen einzigen Special-ID-Drop auf Panzer Aeron. Und ich habe gewonnen. Wir haben noch drei Schocksamen. Und wir haben noch 14 Psychokinesen. Okay. Er holt jetzt seinen Panzer Aeron rein. Ähm... Wir gehen erstmal für Lando T. Weil ich den Bedroher rausbekommen will. Falls er, ähm... Sturzflug spielt. Allerdings habe ich mir gedacht, okay. Er spielt höchstwahrscheinlich auch Eisenschädel wegen Dianzi. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin jetzt hier auch nicht für den U-Turn gegangen. Ich war einfach so aufgeregt. Also, man konnte wirklich nicht mehr klar denken. Ich hol jetzt hier meinen Shaman rein. Und bekomme einen Tarnstein-Damage. Echt für den Eisenschädel. Den er halt für Dianzi drauf hat. Und, ja. Der macht uns nicht sehr viel Damage. Da können wir uns locker dagegen heilen. Gehe jetzt hier für eine Synthese. Und die Sache ist... Wie gesagt, wir brauchen einen einzigen Special D-Drop. Und wir haben gewonnen. Drei Schocksamen. Und vier Zim Psychokinesen. Echt für den Eisenschädel. Unsere Schocksamen kommen. Wir treffen zum Glück bis jetzt mit Dian-Schocksamen. War ich auch sehr, sehr glücklich. Und... Kein Special D-Drop. Ist okay. Echt für den Eisenschädel. Wir haben immer noch genug in der Hinterhand. Wir gehen für die Schocksamen. Und... Kein Special D-Drop. Okay. Wir haben immer noch genug. Er hat für den Eisenschädel. Wir gehen nochmal für eine Synthese. Und... Die Sache ist einfach, Leute... Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Echt ist hier für den Roost. Wegen für die Schocksamen. Und... Und... Es ist... Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Es ist so traurig. Wegen für die Schocksamen. Und... Ja. Und... Echt für Eisenschädel. Das ist gerade ein Flugzeug bei mir. Ich hoffe, man hört es nicht. Es ist so laut. So. Da stand, du verlierst gegen Razor. Ich mache hier einen kurzen Cut wegen dem Flugzeug. So. Da bin ich wieder da. Also. Die Sache ist... Steve hat für seine Züge sehr, sehr lange gebraucht. Also ihr wisst ja, ich bin ja einer, der nicht sehr lange für seine Züge braucht. Ich habe höchstens vielleicht 40 Sekunden für einen Zug gebraucht. Steve hat sehr, sehr lange überlegt. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Es ist die GPA. Man möchte dort alles richtig gut machen. Und es kam zu einem Timeout. Jetzt ist die Frage, wer hat gewonnen. So. Present ist alle... Ähm... Weisen durchgegangen. Die hätten passieren können. Wir hatten ja noch 14 Psychokinesen. Und... Nach 13 Psychokinesen hätte ein Drop kommen müssen. Und wir hätten gewonnen. Wenn die 14. Psychokinese den Drop hervorgerufen hätte. Oder wenn wir gar keinen Drop bekommen hätten. Hätte ich verloren. Die Chance, dass er gewinnt, liegt bei 7%. Die Chance, dass ich gewinne, liegt bei 93%. Darum wurde es dazu entschieden, dass ich den Kampf gewonnen habe. Man kann es nicht genau sagen. Ich habe das Steve auch gefragt, ob wir nachspielen wollen. Ich kann es auch verstehen, dass Steve das nicht nachspielen wollte. Es war spät. Wir waren beide fertig. Wir hatten einen Stunden Kampf hinter uns. Sie wollte das Ganze nicht nachspielen. Kann ich nachvollziehen. Und... Ja, wie gesagt, unsere Chance lag bei 93%. Seine Chance lag bei 7% zu gewinnen. Und damit haben wir... Wir sind davon dann quasi ausgegangen, dass der die 10. Psychokinese den Drop dann hervorruft. Einfach, weil die Chance bei 10% liegt. Und wenn es passiert wäre, wäre Shaman dann noch gestorben. Allerdings hätte Land O.T. dann Panzerung gekillt. Und damit sind wir dann zu dem Schluss gekommen... Beziehungsweise Presence zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Kampf 1-0 gewonnen habe. Und ja... Gut. GG Steve. Super Kampf. Extrem harter Kampf. Sehr, sehr Hex-lastiger Kampf. Krasse Predictions. Gute Plays von beiden. Und... Ja. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie ein krass defensives Team gespielt hatte. Also, so defensiv war mein Team echt nicht. Mein Team war sogar relativ sehr offensiv. Empolion ist sowieso relativ früh gestorben und nach Tat nichts gemacht. Ich hätte einfach Hyper-Offensive spielen können. Wieso habe ich es nicht gemacht? Ich hatte so viel Angst. Okay. So. Das war es von dem Kampf. Wir haben auf jeden Fall 1-0 gegen Steve gewonnen. Und... Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch positive Wert. Und das war es von dem Kampf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.